Das war schon wieder ein langer Tag heute, aber ich möchte jetzt noch den obersten Tritt meiner Stegen montieren. Aber das musste ich sechsmal ein Brett kaufen, weil das andere habe ich wirklich irgendwo versaugt oder irgendetwas ausprobiert. Die Idee ist ja, dass ich den obersten Tritt etwas grösser mache, also dass er links und rechts etwas raus schaut. Die anderen Bretter musste ich zurecht saugen und das oberste ist einfach in der Länge und dann schaue ich mal, wie das aussieht. Ist das cool? Oder sieht das dumm aus? Ich kann sie eigentlich immer noch absagen, wenn sie noch komisch aussieht. Ich montiere sie jetzt mal so. So etwas über Schrauben erzählen. Man kann, egal wie viel Schrauben man hat, nicht immer die falschen. Immer. Ich weiss nicht, wie man das lösen muss. Gibt es irgendein Schrauben-Überlebens-Kit oder so, das man kaufen kann. Dann hat man immer die richtige Schraube. Das wäre cool. Wenn ihr je etwas umbaut, macht ihr kein Provisorium. Das Vordoch. Da habe ich irgendeinem Blogmann gesagt, das Provisorium kommt mal noch anders. Es ist dann nie anders gekommen. Es ist immer so etwas halbfertig geblieben. Jetzt kommt es aber wirklich anders. Ich möchte hier oben die Dachrinnen neu machen. Und darum montiere ich es jetzt ab. Dass es dann wirklich, wirklich anders kommt. Der Wagen ist ja eigentlich bis auf Detail ziemlich fertig. Also die grossen Sachen habe ich eigentlich alle vor so eineinhalb Jahre oder so gemacht. Und jetzt bin ich ja am Sonntag beim Haus im Glück gewesen, bei dem Bed & Breakfast. Und der Madeleina hat ja viel von diesem Haus selber umgebaut. Und seit ich da war, merke ich so, mir fehlt so das Umbauen. Ich glaube, die Zeit, in der ich das umgebaut habe, war manchmal eine Scheiss-Zeit. Es war eine strenge Zeit. Und alles miteinander, so 100% zu arbeiten, und am Abend noch da und umbauen. Aber es ist schon geil gewesen. Und jetzt merke ich, es fehlt mir. Ich würde es eigentlich gerne wieder machen. Nicht ein Tiny House oder vielleicht ein Tiny House, vielleicht einfach ein Haus. Vielleicht irgendetwas. Also wenn irgendjemand ein altes Haus hat, das er mir schenken möchte, das ich umbauen kann, wäre ich da. Fände ich cool. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Ja, sch. Vielen Dank.